Servus und Willkommen zur vierten Mission von Let's Play Homeworld 2. Ich bin der Fully und wir starten auch so gleich mit Mission 4. Ja, Load Level. Jetzt gibt es erstmal einen Film. Ja, tausendelang verehrten die alten Kiet-Clans Sayuk als den großen Schöpfer, der alles sein erschaffen hat. Offenbar ist er weder Gott noch Mythos. Er ist real. Und Makan weiß das. Gehenna ist ein großes Asteroidenfeld tief in den Vega-Ausläufern und fern von Hiigara. Die Bentusi haben uns die Koordinaten des Orakels gegeben. Geheimdienstdaten deuten darauf hin, dass ein Militärposten große archäologische Ausgrabungsstätten schützt. Er ist von Hypersprung-Inhibitoren umgeben. Wir fanden aber eine Schwachstelle. Bereithalten für Verlassen des Hyper-Raums. Die Hypersprung-Inhibitoren der Vega befinden sich auf Asteroiden über eine riesige Fläche. Wir müssen die Inhibitoren zerstören und das Feld ausschalten, um Gehenna unentdeckt zu erreichen. Die Vega-Kommunikation befindet sich hier. Sie muss neutralisiert werden. Okay, machen wir das mal. Langstrecken-Scans zeigen starke Wegeaktivität in dieser Region. Rate zur Vorsicht. Ach was, echt. Neue Forschung verfügbar. Ach, den drei Neustarts von Mission 3. War das mit der Forschung auch gar nicht so schlecht. Bauoptionen verfügbar. So, ihr fahrt mal mit. Was haben wir denn für neue Bauoptionen bekommen? Ui, Torbidofrikaten. Da bauen wir erstmal wieder von. Die Teile sind sehr, sehr stark. Wo sind dann die Plattformen? Aha, okay. Also, ich vermisse gerade meine Plattformen, die ich in der letzten Mission gebaut habe. Die sind verschwunden. Warum, weiß der Teufel. Aber ich habe auch ziemlich viel Geld. Ich denke mal, die sind einfach nur recycelt worden. Anlage für Fregatten. Und dann baust du nochmal zwei Bomber. Ja. Verbesserte Ortungssysteme. Brauchen wir die, ähm... Ja. Schaden kann es nicht. Hypersprunginhibitor und RES. Also, ich baue jetzt hier mal ein bisschen meine Flotte aus. Weil mit den paar Einheiten... Das kommt mir jetzt nicht so vor, als wären das wirklich ausreichend. Ah, ich kann mir bestimmt wieder forschen. Ja. Geschwindigkeit. Hm, Minenlegen. Das ist im Multiplayer ganz gut, aber ich denke mir im Singleplayer eher nicht so vom Vorteil. Aber hier, Torpedofregatten, Flaggfregatten, jeweils Stärke und... Ich tue es lieber mal in die Forschungsliste mit rein. Ah, was mir gerade auffällt, das sind zu wenig... Bruchstoff-Sammelschiffe. Da kommt die erste Attacke. Als hätte ich es gewusst. Die beiden weg. Laser-Korvette. Da hätten wir die Pulsar-Helisse dazu. Gegen was sind... Fregatten und Schlachtschiffe. Hm, das sind aber Korvetten. Bereit. Naja, ähm, Abfahrleger. Melden, Bereitschaft. Ziel erfasst. Verstanden. Bestätigt. So, einem geht es hier gar nicht gut. Aufrüstung abgeschlossen. Den holen wir doch ganz schnell wieder raus. Hups, vielleicht drückt. Bestätigung. Torpedofregatte fertig. Okay, und alle reparieren. Jeder geht hier rüber. Hm, ich mach mal hier wieder Flotte und die Warteschlangen. Das Trägerschiff baut nichts. Seht ihr, das hätten wir nicht gesehen sonst. Bomber und Raketenkorvette. Ihr bleibt da. Du gehst hier hin und die Abfangjäger schritten sich die Blitbomber. Oh, hier haben wir noch einer. Melden uns zur Stelle. Verstanden. Bereit. Nee, da nicht. Zwei. Bestätigung. Unterstützen befreundete Einheiten. Auf dem Weg zum Ziel. Verstanden. So. Bereit. Bestätigt. Roger. Schiff wird angekündigt. Ich denke mal, das läuft bisher ganz gut. Melden, Bereitschaft. Melden, Bereitschaft. Torpedo-Fregatte fertig. Kommen rein zum Andocken. Aufrüstung abgeschlossen. Mutterschiff. Anlage für Schlachtschiffe. Ja, jetzt können wir endlich Trägerschiffe bauen. Bestätigt. Das ist sehr gut. Das Trägerschiff baut schon wieder nichts. Andock-Signal grün. Bauen wir zwei Bomber, zwei Abfangjäger. Und danach noch zwei Torpedo-Fregatten. Rohstoff-Sammelschiff fertig. Und ihr geht alle mal landen. Aufrüstung abgeschlossen. Andock-Befehl bestätigt. Ja, kommt doch gleich wieder der nächste. Melden, Bereitschaft. Sind auf dem Weg. Bomber, Angriffsschiffe. Angriffs-Koordinaten eingestellt. Forschung abgeschlossen. Bereit. Ziel erfasst. Melden, Bereitschaft. Der ist auch noch ganz. Koordinaten bestätigt. Melden uns zur Stelle. Sind auf dem Weg. Melden uns zur Stelle. Rohstoff-Sammelschiff fertig. Bomberstaffel fertig. Angriffs-Vektor festgelegt. So, und jetzt können wir uns mal angucken, wie Flak-Fregatten Bomber zerlegen. Unterstützen das Wollnete Einheiten. Äh. Das war richtig effektiv. Wechseln sollen. Wo haben wir denn noch? Hier oben. Null. Null. Neues Upgrade verfügbar. Mutterschiff-Anlage für Schlachtschiffe fertig. Für uns gibt's hier nichts mehr. Roger. Angriff abgeschlossen. In Wasserschleife eingeschwenkt. Bestätigt. Sammeln bestätigt. Bestätigt. Ihr geht euch wieder weg. Anlauf-Vertil bestätigt. Verschuldung. Ihr rückt vor. Und die sind alle noch ganz gut in Schiff. Mutterschiff. Melden, Bereitschaft. Sammeln bestätigt. Hier oben kommen die... Oh, wo sollen sie? Da. Die Abfangjäger hin. Ziel erfasst. Da ist das nächste. Die nächste Attacke. Bestätigt. Die Bomber bleiben hier. Bestätigung. Der Scout-Heli geht zurück. Auf dem Weg. So. Melden, Bereitschaft. Okay, ähm... Ich hab kein Geld mehr. Mutterschiff. Nach dem Rohstoff-Sammelschiff baust du mir ein Trägerschiff noch? Bereit. Ziel bestätigt. Roger. Unterstützen befreundete Einheiten. Abfangkurs eingegeben. Bestätigt. Und ihr alle werdet nur auf aggressiv gestellt. Melden uns zur Stelle. Waffensysteme auf volle Energie. Angriff abgeschlossen. Warten auf weitere Befehle. Bestätigt. Bestätigung. Verstanden. Bewegungsbefehl bestätigt. Bereit. Auf Abfangkurs gehen. Roger. Ziel bestätigt. Bereit. Sind auf dem Weg. Ziel bestätigt. Verstanden. Zeitkontakt. Dann mal los. Angriffvektor festgelegt. Schiff wird angegriffen. Bereit. So, alle Bomber. Bestätigung. Bestätigung. Und die beiden Elite-Bomber. Roger. Besî does war. Aus. destaRP. Vielen Dank.